Moin Pyros und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute haben wir im Test die Thunderbolts von Argento. Das sind Salute Bombenrohre. So sieht einer aus. Thunderbolts, Argento, 4,5 Gramm in EM. Ja, bin ich sehr gespannt. Es wird auch noch die Bombenrohre, die ich habe, die werde ich vergleichen. Viel Spaß bei der Zündung und bis gleich. Jetzt haben wir die Thunderbolts von Argento. Oh, das reicht. Wo war noch ein? und den letzten geile dinge auf jeden fall für 5 euro könnte da nichts falsch machen vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten video machts gut Pyrrhus